Hallo du, ich wollte dir mal einen Tipp geben, der Willi, den kennst du ja, und der macht Tassen, nicht nur für Bären, das wollte ich dir nur mal sagen. Ja. Und du, den müsse besuchen bei Facebook, da findest du den, und du, für alle Anlässe Tassen, und bestell dem Willi einen schönen Gruß. Äh. Hohoho. Hallo du, schönen Abend wünsche ich dir, und trink dir mal kräftig ein. Hohoho. Hm. Hohoho.